so hallo zu sonntags folge munzhausen bei mir auf dem kanal ja wir sind bei den hühnern gerade unterwegs okay da liegen ein paar grünen auf dem boden die werden glaube ich gerade verspachtelt ja gut kommen sogar wieder durchlaufen hier haben wir schon ganz ein stapel von hühnern hier komplett hühnerstall ja grüß gott ich tu dir nix nein ich tu dir nix nein nein hallo hallo gut okay wir sind hier nicht zum spielen sondern müssen hier zum arbeiten so hier die box fällt sich so fühlt sich so langsam auch der muss drüben warten so wie sieht es jetzt da oben aus das ist schon wieder voll oder was ist ja schlimm moment mal kurz oh fruchtbestörung zack so weil sonst häng ich ja hier noch morgen noch davon das dauert jetzt hier ein bisschen länger weil der einfach hier voll viel runterkriegt wir werden da wahrscheinlich den anhänger locker voll kriegen hier so bemerkst du mal hochfahren so wir können jetzt hier aber auch schon den schwader holen eigentlich wo ist denn das wo ist denn das gut gut oh oh kickkappt So, jetzt schwadern wir das gleich mal zusammen. Was macht jetzt schon wieder der Hanna? Er dreht gerade rum. Okay. Das darf er ja tun. So. So, lassen wir mal kurz rund das ganze Ding. Und jetzt brauchen wir eigentlich den da und den Ladewagen. Die strönen wir ja wieder mit, beziehungsweise wir können es ja wieder verkaufen. Eigentlich. Komm. So. Boah. Ich muss kurz was machen hier. ich komme zu spät starben tut er nicht schlecht aber er hält jetzt an und er war glaube ich nicht ganz voll vielleicht doch ich habe keine ahnung so so das machen wir hier wieder mit follow me ich hoffe es ist hier drin aber ich glaube ja so mein gut machen wir hier mal so ich hoffe es funktioniert müsste aber eigentlich funktionieren so 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 heftig gut aus hier und es bewirbt heute ein bisschen Stroh 40% voll so 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 3 Schuss zu 62% voll und es passt. Gut. Stroh, 66, passt auch. Das habe ich jetzt ganz gut im Griff, würde ich sagen. Gut, aber kruppern tun wir nachher alleine dann hier. Also, ja, wir lassen nachher hier kruppern, dann passt das. So, Stroh. 88%. So, jetzt ist er voll. Nein, das ist okay, wenn er so voll wird, gibt es hier keine Probleme. Oh. So. Oh. 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 Hmm. Wir düsen jetzt weiter hinten, leeren dann nochmal. Und zwar irgendwo hier. Man, ich muss jetzt ja eh hier kurz warten, bis es da ist wieder. So. Aber Leute, wir sind jetzt leider bei 15 Minuten, wir machen noch ein paar Minuten oben drauf. Fertig werden wir hier heute eh nicht mehr. Würde ich mal sagen. Genau, dann bis dort das nächste Mal weiß ich dann auch, was ich mit dem Strom mache. Kaufen oder verkaufen oder wir halten. So, genau. Ja, gucken wir mal nochmal, wie das hier drin aussieht. Das möchte wahrscheinlich Stroh sein, oder? Ich habe keine Ahnung mehr, was weiß ich. Aber ich vermute mal, dass es Stroh ist. Ja, da haben wir sehr viel eingelagert. Gut. Wie sieht es denn hier aus? Wir haben auch sehr viel Weizen eingelagert. Kriegen wir momentan recht viel. Sojabohne gibt es auch viel. Sojabohne gibt es auch viel momentan. Es gibt gerade alles viel. Eine Sonnenblumenwahr gibt es viel. Ja, gut. Gut. Dann würde ich sagen... Also, wenn wir Stroh gerade sind und verkaufen, gehe ich mal davon aus, dass das hier Stroh ist. Ich glaube, das ist Stroh. Ähm, gibt es gerade in der... Na gut, das ist Landhandel oder... Landhandel oder Gräbach, mir genau das gleiche, aber da fahren wir hinten hier gleich raus. Da fällt mir irgendwie auch noch ein Weg, würde ich mal... Ach hier. Hier haben wir ja einen Weg. Ja. Aber wo waren wir noch der Gräbachmüll? Da ist die da unten. Ja. Die können wir auch gleich da reinschmeißen. fahren wir nicht zu viel fahren, sparen wir uns Sprit. Cool. Okay Leute, das war's dann. Bis zur nächsten Woche, bis nächsten Freitag, zur nächsten Folge. Seid gespannt, was wir da so alles anstellen. Bis dann einmal und ciao.